Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir den Wolf in diese wunderschöne Karte hier reinladen und uns dann vielleicht sogar noch drin rumbewegen können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie gesagt, das drin rumbewegen, das könnt ihr eigentlich schon. Das ist eigentlich auch eure eigene Möglichkeit hier. Aber wie gesagt, ich kann hier auch nicht viel machen, außer mich hier rumdrehen sozusagen. Arc-Film-Air-Controls sind hier tatsächlich nicht dabei. Okay, lasst uns direkt hier anfangen und zwar direkt unter der Kamera. Lasst uns hier tatsächlich anfangen, ein Objekt zu laden. Und das ist das, was ich euch letztes Mal schon teilweise gesagt habe. Wie gesagt, ich erkläre es jetzt nochmal ganz kurz, weil wir es letztes Mal nicht mehr geschafft haben. Und zwar, wir haben hier ein kostenloses 3D-Modell gefunden auf Free3D. Da könnt ihr aber generell auch eigentlich jedes Modell nehmen. Ihr könnt einfach mal schauen, was es gibt und dann mal schön Spaß haben damit. Und dann haben wir hier in Free.js, in Examples.js Loaders, objloadloader.js. Da gibt es noch sehr viele mehr Loader. Das will ich mal ganz kurz hier zeigen. Die könnt ihr alle importieren bei euch. Die sind in einer separaten Datei, weil man normalerweise in einem Spiel nicht alle Loader braucht. Und die werden aber alle trotzdem übertragen. Und das frisst alles Laufzeit und Bandbreite. Das muss nicht sein. Aber wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, ein FBX-Modell habt, dann nehmt ihr halt den FBX-Loader. Also die gängigen Modelle sind hier eigentlich alle unterstützt. Wir haben FBX, wir haben OBJ, wir haben SVG, wir haben STL, wir haben TIFF. Wir haben, keine Ahnung, wir haben alles Mögliche hier. Wir haben 3MF, alles dabei. Okay, wir nutzen hier wie gesagt das OBJ-Format, also das Object-Format. Und dort ist auch ein tolles 3D-Modell verfügbar. Wie gesagt, das gibt es einen Haufen davon. So, und wenn ich das jetzt hier mache, dann gehe ich hier in meinen Code rein und muss das Ding natürlich laden. So, das heißt, ich brauche erstmal meinen OBJ-Loader. OBJ-Loader ist gleich new3.obj-loader. So, und mein OBJ-Loader, der kann das Ding dann laden. Ich brauche jetzt allerdings, muss ich den natürlich noch irgendwie verwenden. Und der OBJ-Loader wird aufgerufen mit einem Punktload. Übrigens, ihr könnt da überall natürlich noch Texturen drauflegen, wenn ihr das wollt. Das machen wir jetzt hier nicht. Ihr wisst, wie man Texturen auf Objekte legt. Das haben wir schon gemacht. Ihr wisst auch, wie man durch Objekte durchiteriert. Von dem her fühlt euch frei, das selbst zu tun. So, wir müssen als allererstes den Pfad angeben. Und zwar ist das wieder mal unter slash image slash wolf, habe ich das gespeichert. Und anschließend unter dem hier. Also, lasst uns mal hier einfach den Copy Relative Path machen. So, dann wird mir das hier direkt angezeigt. Und anschließend haben wir eine Funktion, die das Ganze für uns verarbeitet. Das heißt, eine neue Function mit, also die bekommt das Object hier tatsächlich. Und die können wir jetzt mit Code füllen. Was soll denn eigentlich im Callback passieren? Also quasi, was soll ausgeführt werden, nachdem das Ding fertig geladen wurde? So, als einziges, was wir hier jetzt tatsächlich machen wollen, ist, wir sagen, wir wollen das Object skalieren. Und zwar Punkt X ist gleich 42 natürlich. Nein, wobei nicht so groß. Sagen wir einfach mal 4 dazu, okay? Und dann sagen wir hier Object.scale. Müssen wir aber gucken, ob das auch wirklich mit 4 hinkommt. Y-Achse muss natürlich auch um 4 skaliert werden. Und wenn ihr die Achsen alle gleichmäßig skalieren wollt, müsst ihr natürlich auch die Z-Achse auf 4 skalieren. Und dann die Position, die können wir eigentlich so lassen. Und dann fügen wir dieses Objekt selbstverständlich unserer Scene hinzu. Das heißt Scene.addObject. So, und ja, dadurch bekommen wir jetzt natürlich die ganzen wundervollen Objekte hier. So, lasst uns das mal ganz kurz angucken. Ja, und da ist er auch schon. Unser wunderschöner Wolf ist da. Es sieht allerdings so aus, als würde er über dem Boden schweben. Das liegt einfach da dran, wir haben diesen Boden über eine Hintergrundmap definiert. Das heißt, wir schweben tatsächlich in unserem Objekt. Also ich kann jetzt hier auch wirklich wegscrollen. Aber ihr seht, ich konnte mich davor eigentlich schon in meiner Karte bewegen. Aber der Hintergrund, der bewegt sich nicht. Also ich bewege mich jetzt hier tatsächlich. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist starr, weil das einfach eine Hintergrundmap ist. Das heißt, wir können den Hintergrund niemals erreichen. Aber ich kann natürlich so nah, wie ich möchte, an den Wolf ranzoomen. Ja, und lasst uns jetzt hier mal noch eine Sache machen. Und zwar, ich möchte folgendes euch zeigen. Console.log. Und zwar möchte ich hier unser Objekt reinloggen. So, und dann können wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wir öffnen jetzt den Wolf neu und brauchen die Command-Line. So, und hier sehen wir eine Group. Und das ist im Endeffekt jetzt unser Wolf. Der besteht aus einem, äh, aus zwei Children. Und diese Children, also kann ich hier mal aufklappen. So, hier sehen wir einmal, wir haben hier einmal das erste Mesh. Ja, da steht auch dabei Name Wolf Object Body Cube. Und bei dem anderen steht Wolf Object Fur Cube. Body heißt Körper und Fur heißt, ähm, naja, Fell. So, wenn wir das jetzt mal aufklappen, sehen wir hier wieder, das Ding hat keine Children. Und wenn wir nicht wissen, was genau das ist, dann gehen wir hier einfach mal in die Visibility und stellen hier mal False ein. Und dann sehen wir, oh, ähm, das Ding ist plötzlich ziemlich weg. Also, so, so, weg, weg. Ähm, und deswegen setzen wir mal die Visibility wieder auf True. Wir wissen, okay, das ist jetzt der Körper. Ja, so, das zweite Mesh, was wir hier finden, ist tatsächlich, ähm, das Fur. Also, wir sehen hier Material Fur, okay. Und hier sehen wir auch schon, das Ding hat ein Mesh von Material. Das wird alles automatisch eingeladen, okay. Das heißt, das stimmt schon alles. Problem ist natürlich, wir haben noch keine, ähm, Texturen oder sowas geladen. Und ich glaube, das machen wir jetzt doch ganz kurz. Und wenn wir uns immer noch nicht sicher sind, dann gehen wir hier mal kurz auf False rein. Und dann sehen wir hier, okay, ähm, der Wolf ist ein bisschen nackig ohne. So, und wenn wir das neu laden, ist es natürlich alles wieder ganz normal da. Aber, was wir jetzt hier drin noch machen können in unserem Code, ist folgendes. Wir holen uns einen Texture Loader. Das heißt, var Texture, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Texture, oh ja, mit Ö am besten. Texture Loader ist gleich new3.textureLoader. Achtung, hier muss man das T groß schreiben und das L auch. Ähm, und diese Texture Loader, die machen wir jetzt folgendermaßen. Wenn das Objekt vernünftig geladen wurde, ja, dann gehen wir hierher und sagen, okay, ähm, wir holen uns. Aus den Texturen haben wir hier vier verschiedene Texturen. Auge, Auge, Body und Fur. Und, äh, hier sagen wir, okay, Texture Loader, Punkt Load. Und jetzt gehen wir hierher und sagen, was wir, was wir eigentlich laden wollen. Nämlich, ähm, ähm, äh, ja, vielleicht sollte ich der Variablen vorher noch einen Namen geben. Jetzt sagen wir hier mal einfach Body dazu. Und, äh, kopieren uns den, äh, Relative Path. Und dann kopieren wir uns das Ganze und sagen hier natürlich Wolf Fur dazu. Fur. So. Okay, jetzt haben wir hier einmal das, ähm, das Fell und den Körper. Und jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz in unser Object rein. Object.Traverse. Ihr kennt diese Methode schon. Wir gehen durch alle Kinder durch. So, ähm, und zwar sagen wir jetzt hier Function. Ähm, das bekommt sogar ein Parameter und zwar das Child. Und mit diesem Kind machen wir jetzt was. Und zwar, wir verändern die Textur davon. Wir überprüfen den Namen davon. Und, ja, falls dieser Name, so jetzt, wie könnte der Name lauten? So, ähm, lasst uns nochmal ganz kurz hier reingehen und nochmal die, äh, Konsole öffnen. Dann sehen wir hier die Group und wir haben hier die beiden Children. Und haben hier einmal das, ups, äh, das wollte ich nicht. Ähm, wo ist der Name? Hier, der Name. Also den Wolf Object Body Cube 001. So, das ist unser Name für den Körper. Das heißt, wenn dieser Wolf Object Body Cube heißt, also dieser, dieser Knoten, ja, dann bekommt er ein neues Material. So, das Material müssen wir uns jetzt leider erst noch erstellen, weil, wie gesagt, ein Material ist keine Textur. Das ist ein bisschen mehr als das. Und zwar sagen wir hier, ähm, nee, halt gar nicht Face. Es ist eigentlich Body. Ähm, Body brauchen wir. Body und Fur brauchen wir. Also Body Matt einmal. Und zwar, ähm, und wir nehmen jetzt hier tatsächlich noch ein neues Material, das wir noch nicht kennen. Und zwar das Standard Material, was auch echt eine super Qualität hat. Anders, als man jetzt eigentlich denken würde. So, also ein New 3.Mesh Standard Material. Und, äh, ja, das bekommt natürlich auch wieder hier die Farbe zugewiesen, ähm, indem wir hier wieder die geschweiften Klammern machen. Und sagen, Color Doppelpunkt RGB 255, 255, 255. So, ähm, das ist jetzt erstmal so unser, unser Standard, unser Basic Material, ja. Da ist noch nichts drauf. So, und dieses Material, das verwenden wir jetzt ein bisschen anders. Und zwar brauchen wir hier natürlich auch noch das Body Material. Ähm, ähm, äh, Quatsch, das Firm Material meine ich natürlich. So, das Firm Material, das bauen wir uns auch erstmal so. Und hier drin sagen wir jetzt, okay, ähm, Child Punkt Material, Material ist gleich das Body Matt. Aber, hier sind wir noch nicht fertig. Wir sagen hier, das Body Matt bekommt einige Eigenschaften. Und zwar einmal eine Roughness, die, ähm, bestimmt sozusagen, ja, wie rough ein Gegenstand eigentlich ist. Das heißt, wie sich das, ähm, ja, wie fest er aussieht. Und hier können wir eigentlich auf 0, warum 0,18, 5, 0,1 gehen. Ähm, dann gehen wir hierher und geben dem tatsächlich seine Textur, also dem Material. Und das machen wir über Body Matt Punkt Map ist gleich, ähm, Body, äh, Moment, Body haben wir es genannt. Genau. So, dann gehen wir hier noch her und sagen, okay, ähm, das Ding ist auf jeden Fall kein Metall, Metal Nest. Das heißt tatsächlich Metal, das ist kein Witz. Ähm, und ja, das passt erstmal. So, und jetzt machen wir noch genau dasselbe für unseren zweiten. Und zwar sagen wir hier nämlich, wenn das Ding Fur Cube heißt, dann setzen wir das Ganze auf Fur Material. Fur Matt, genau so sollte das passen. Ne, habe ich es Fur Matt genannt? Ich habe es Fur Matt genannt. Genau. Und, ähm, oder? Habe ich es Fur Matt genannt? Nein, ich habe es nicht Fur Matt genannt. Hier. Hier muss das Fur rein. So. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das Ding nennt sich hier 002 hinten. Also nicht 001. Und ich muss natürlich hier auch noch, ähm, das Fur Material reinpacken. Hier muss ich Fur Material reinpacken. Hier muss ich Fur Material reinpacken. Habe ich was vergessen? So, wenn wir jetzt das Ding neu laden, dann sieht es relativ interessant aus. Ähm, weil unser Wolf, also der hat zwar weiße Haare, aber irgendwie hat er einen sehr, sehr glänzenden Hinterkörper. Ähm, aber es ist nun mal ein, naja, ein glänzender Wolf. Okay. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Ähm, er ist immer noch sehr, sehr dunkel, aber das liegt einfach an der Natur der Dinge. Das, ähm, das Material von dem Wolf ist generell sehr dunkel. Und unsere Beleuchtung ist vielleicht nicht die allerbeste. Hier müsste man vielleicht noch ein bisschen nachreichen. Was ich jetzt gemacht habe, ist im Endeffekt, ich habe die Roughness höher gesetzt auf 0,8. Äh, könnte man wahrscheinlich sogar noch höher setzen. Je höher man die setzt, desto rougher wird das Ding halt. Äh, genau. Und ja, so funktionieren im Endeffekt Objekte. Also ihr seht, das ist schon ein bisschen Arbeit, wenn man hier so ein Ding laden möchte. Das geht gar nicht so einfach. Aber dafür haben wir jetzt in unserem Browser einen Wolf. In einem, äh, schwedischen Schloss. Zumindest sagt das Exempel, dass es ein Swedish Royal Castle ist. Ist das nicht geil? Okay, ja, also mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Schreibt mir gerne in die Beschreibung, äh, oder sonst irgendwo hin, wie es euch gefallen hat bisher. Wenn ich irgendwas besser machen kann oder wenn ihr irgendwelche sonstigen Vorschläge habt für mich. Und ja, ähm, das war es erstmal von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir, was wir mit dem Wolf noch anstellen können. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.